Also überhaupt zu dem Motorradhandel bin ich dadurch gekommen, dass ich mir 1981 eine BMW R90s gekauft habe, an der ich auch sehr viel selber geschraubt habe, mir Teile besorgt habe, auch gebrauchte. Teilweise waren es dann mehr Teile, die ich kaufen musste, als ich gebrauchen konnte. Ich habe sie dann wiederum auch angeboten. Das wurde mit der Zeit dann immer mehr, sodass ich halt 1987 mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Das Schöne an den alten BMWs ist, dass man sie immer wieder zum Leben erwecken kann und wenn man sie dann hinterher noch fährt und die Arbeit bewohnt wird, ist die Freude natürlich dann noch größer. Also bei uns kann man Motorradteile für BMWs erwerben ab dem Baujahr 1949. Das volle Programm haben wir dann so ab R50, ab R60 bis hin natürlich auch zu den neueren K-Modellen und F und was ist. Bestellen könnt ihr bei uns über den Online-Shop, telefonisch oder natürlich auch persönlich, wenn man hier vorbeikommt. Zahlungsmöglichkeiten haben wir alle gängigen Methoden, wie zum Beispiel Vorabüberweisung, PayPal, Barzahlung bzw. EC-Bezahlung. In der Regel verschicken wir die bestellten Teile sofort nach Bestelleingang, sodass ihr sie in wenigen Tagen in der Garage habt. Wir versuchen immer alle Teile, die ihr braucht, euch liefern zu können und gemeinsam schaffen wir es bestimmt eure alte Karre wieder zum Knattern zu bekommen. Soll dein Kraftrad voll dich knattern, musst du Teile von Stark ergattern. Motorrad-Stark.de